dass sie der Einladung Folge geleistet haben und dass sie mit ihrer Teilnahme natürlich auch die Models der einzelnen Gymnasien unterstützen. Die Gymnasien, die hier vertreten sind, nochmal ganz kurz in Küritz, Neustadt und Pritzberg. Bei den Models haben wir auch ein Jugendfreie Models. Die Gymnasien haben natürlich jedes Gymnasium für sich ein Model gestellt, was denn die Kollektion mit präsentieren wird in Verbindung mit unseren hauseigenen Models. Begrüßen möchte ich auch noch Frau Birgit Peter, die hier für die Deko zuständig ist und sich hier auch präsentiert. So, und dann würde ich sagen, Band ab, wir fangen an. Viel Spaß. Applaus Musik Ich kann's find your spirit, I mean, I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring, enough is enough. I'm covering my ears like a king, when you wake me and I think I go la, 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 I'm turning up the fire when you speak. Cause if my heart hurts something, I'll find the way to break it out of me. I'll find the way to break it out of me. I'll have your spirit, I'll be turning down, I'll be out for the beat or count when I'm home. Die sollen hier ein bisschen vorkommen eigentlich, aber das schnallen die immer noch nicht. Die sollen hier ein bisschen vorkommen, aber die sollen hier ein bisschen vorkommen. Die sollen hier ein bisschen vorkommen. Die sollen hier ein bisschen vorkommen, aber die sollen hier ein bisschen vorkommen. Die sollen hier ein bisschen vorkommen, aber die sollen hier ein bisschen vorkommen. Die sollen hier ein bisschen vorkommen, aber die sollen hier ein bisschen vorkommen. Die sollen hier ein bisschen vorkommen, aber die sollen hier ein bisschen vorkommen. Die sollen hier ein bisschen vorkommen, aber die sollen hier ein bisschen vorkommen. Ja! 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 Ja!